Maschinen noch voller Kraft Ups, ich hab was Falsches gesagt SOS Haa Okay, F8 ist für SOS Das werden wir jetzt jedes Mal an der Ebene Jetzt will ich nicht vorher schon starten Was passiert denn bei F9? Gute Arbeit Jaa Abgemacht Ah Ich brauch zu einer Antworten noch die ganze Zeit Er ist auch ein Idiot Moment, das bist du gar nicht Du bist hinter mir Ich wollte gerade fast auf den Teamkameraden schießen Den rechts von dir? Ja Mal sehen, was er davon gehalten hätte Ja weißt du, ich schieße wahrscheinlich extra knapp vor ihm Und er hat eine volle Breitseite mitten rein Ja Er zerlegt dich komplett Sieh ich nur wie Torpedos auf mich zufliegen Ne, das ist ein Nein, da fliegen Torpedos Das wird doch nicht, da ist ein Berg im Weg Na und? Der ist bald weg Siehst du? Habe ich schon einen kleinen Tunnel Ja Dann versuch mal da oben bitte durchzukommen Vielleicht siehst du wie das Schiff so einen kleinen Ballon kriegt, abhebt Wenn du da durchkommst dann Respekt Oh, ich mach ihn lieber nur auf drei Viertel Ich bin selten wie sie sind gleich Gegner Achtung, ich brauche Hilfe Du musst doch nur der Insel ausweichen Gegnerische Streitkräfte entdeckt Oh, vor uns Ganz genau vor uns Der ist so weit weg, ich kriege den noch nicht Ich kriege den noch nicht In 0,3 Kilometern kriege ich ihn Jetzt, ich habe ihn Also ich kriege ihn ins Visier Und gleich mal einen Treffer Verpasst Ich nicht Links ist auch noch einer, 11 Kilometer Da kommt noch einer Zurück, zurück, zurück Ich habe ihn auch schon in den Brand gesteckt Ausfälle habe ich nur stehen Ich weiß nicht was du machst, aber links daneben kommt noch einer Ich weiß, ich habe Stop gemacht schon Glückstreffer Jetzt bleibt er wieder los Los Und rumdrehen Perfekt Au, fuck, vorne voll Ah, scheiße zu hoch Man schießt von vorne auf mich Ey, der schießt richtig in den richtig vielen Salben, ne? Leichter Schaden Oh, scheiße, ich sollte vielleicht auch darauf achten, was der Gegner macht Mein Taubedo-Bewaffnung ist unbrauchbar Ich kriege gerade einen richtig mit Alter, der schießt die heute gar nicht mehr aufzuschießen Der schießt aber in richtig vielen Salben, ne? Ich bin jetzt erst mal aus seinem Radius raus, ey Scheiße, mein Steuergetriebe ist beschädigt Das habe ich gar nicht mitgekriegt Ich habe mich gewundert, warum ich mich schon wieder rein drehe Ich kriege auch noch welche ab Der schießt aber in richtig vielen Salben, ne? Ja, der hört doch nicht auf Das Größte von da links schießt ja auch noch einer auf dich Ja, das merke ich auch gerade Versuche hier auch noch rauszukommen Oh, ich schieße doch lieber auf den da hinten Auf den kann ich mehr treffen Schwerer Schaden Das hat er zum Glück alles verfehlt Ich habe Ausfälle bei ihm Bei dem einen dort, der kaum noch was hat, weiß der Ja Ich bin... der versenkt mich da hinten noch Aber ich... der ist auch bald weg Ja, ab ihn Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt Der andere ist leider hinter dem Berg, da komme ich nicht dran Okay, der ist unsichtbar geworden Stopp! Mit dem Schiff geht es gar nicht mehr gut Deine? Ja Irgendeine großkalibrige... hochskalibrige... ...Fla... ...Bewaschenhode... ...Stand da, wo der auch schon getötet Wo sind die jetzt? Die nehmen unsere Base ein, ne? Naja... ...Wie sind die letzten drei Da hinten Ja warte, ich helfe sie durch die Insel durch Ja warte, ich helfe sie durch die Insel durch Ich glaube, die zerstören mich, bevor ich überhaupt irgendwo hinkomme Noch mal ein paar Torpedos losgefeuert, ne? Okay Vielleicht trifft man ja was Ich brenne auch Ich brenne auch Dadurch nehme ich extremen Schaden Was ich kann nichts machen Zwei Schiffe in unserem Gebiet Toll, Zieltreffer beim Torpedo Ja, ich werde das nicht überleben Jetzt brenne ich auch Feueralarm Problem gelöst Vielleicht bin ich versenkt Ah, sie haben sogar neu hingenommen Ich habe sie überlebt Feueralarm Ich auch Wuhu, überlebt Oh, ich habe irgendein schwerer Schaden Habe ich Abgeschlossen Ja, abgeschlossen 20.000 Kreditpunkte Immerhin